17. Cicero ist ein römischer Philosoph, der 106 Jahre vor Christus geboren wurde. Wie wird sein Geburtsjahr richtig ausgedrückt? 1. 106 VCHR 2. 106 NCHR 3. 106 AD 4. 106 18. Was war die Seidenstraße? 1. Eine Straße, die Indien mit den Inseln des Pazifiks verbannt. 2. Ein Netz von Handelswegen, die Europa mit Asien verbindend. 3. Eine Karawan, deren Wagen mit einem glänzenden Material bedeckt waren, das wie Seide aussieht. 4. Ein Wanderweg, der so und emp, quod, glatt wie Seide und emp, quod, war und nur von europäischen Königen benutzt werden dürfte. 19. Warum waren die Europäer besonders am Handel mit den Asiaten interessiert? 20. Sie wollten Waren, die es in Europa nicht gab oder die dort nicht hergestellt wurden. 20. Die Europäer wollten einen Markt für ihre Waren. 21. Die Asiaten schickten Tausende von Händlern nach Europa. 21. Die europäischen Bürger brauchten Arbeit, die ihnen die Handelsexpeditionen machten. 21. Benutze die die folgenden Informationen, um die Fragen 20 und 21 zu beantworten. Das Zentrum der islamischen Welt lag an der Kreuzung der Seidenstraße Routen. Der gesamte Handel zwischen dem fernen Osten und Europa wurde von muslimischen Mittelsmänner kontrolliert. Dies brachte der muslimischen Welt großen Reichtum ein. Vor allem aber wurden die muslimischen Reiche im europäischen Mittelalter zu Zentren der Bildung. Die Muslime förderten das Wissen und die Forschung, und die Gelehrten sammelten Informationen und Dokumente aus der bekannten Welt. 20. Anhand der Informationen kann man feststellen, dass Erster die Muslime als Gruppe sehr gierig waren. Zweiter die Händler mussten eine Gebühr für die Durchreise des muslimischen Landes bezahlen. Dritte Muslime wurden reich, indem sie nach dem fernen Osten und in alle Teile Europas reisten. Vierter die Muslime waren gute Bänker. Das Zentrum der islamischen Welt lag an der Kreuzung der Seidenstraße Routen. Der gesamte Handel zwischen dem fernen Osten und Europa wurde von muslimischen Mittelsmänner kontrolliert. Dies brachte der muslimischen Welt großen Reichtum ein. Vor allem aber wurden die muslimischen Reiche im europäischen Mittelalter zu Zentren der Bildung. Die Muslime förderten das Wissen und die Forschung, und die Gelehrten sammelten Informationen und Dokumente aus der bekannten Welt. 21. Anhand der Informationen kann man feststellen, dass Erster die Europäer im Mittelalter nicht an Lernen interessiert waren. 2. Die muslimischen Wissenszentren bekamen ihre Ideen und Informationen von Menschen, die entlang der Handelsrouten reisten. 3. Muslime glaubten nicht an einen Gott. 4. Muslime waren böse Menschen. 4. Muslime waren böse Menschen. 4. Muslime waren. 7. JimWeik. 7. JimWeii-